echte polizisten im einsatz die ruhrpottwache in nrw registrierte die polizei 2015 über 13.600 delikte wegen raubes mehr als 470 davon wurden in duisburg verübt toni gonzalez und michael smollig ermitteln heute in einem besonders brutalen fall egon 1234 hört ja soweit verstanden hast du noch mehr infos am einsatzort erhalten die kommissare von der melderin weitere informationen und die lassen das schlimmste für den kleinen jungen befürchten der leon das ist der letzte von meiner nachbarin die polizisten stellen keine einbruchsspuren fest da gefahr im verzug ist verschaffen sie sich gewaltsam zutritt zu dem haus noch ist unklar ob die täter bewaffnet sind eigensicherung hat für die beamten daher oberste priorität stuhl hallo ist da der junge vielleicht drin ist der junge denn oder die haben irgendjemand als geisel eingesperrt oder ich weiß nicht hallo ist da jemand drin hallo aber reingehen schlüssel steckt von außen hallo bleiben sie da hallo tun sie nichts um überlegtes bleiben sie oben bleiben sie oben hey was los zunächst können die kommissare nur einen flüchtenden täter ausmachen von weiteren einbrechern fehlt jede spur wenn sie sich wehren tut es noch mehr weh ist da noch jemand anders im haus die polizisten zweifeln die aussage des mannes an alleine können sie die suche nach dem mutmaßlichen zweiten täter aber nicht aufnehmen wir haben ein täter sicher ob ein zweiter täter vor ort ist wissen wir noch nicht brauchen auf jeden fall für unterstützung und rtw für den täter der ist aus der fenster durchsprung hat sich wahrscheinlich ein bisschen am bein verletzt ich durchsuche nehmen und dann würde ich vorschlagen setzen wir uns bei der durchsuchung stellt toni gonzalez gestohlenen schmuck und das handy des täters sicher das telefon wird bei den ermittlungen noch eine wichtige rolle spielen ja was auch wie machen wir also soll man auf verstärkung waren dann willst du schon mal rein ich geh mal rein jetzt was mit dem jungen ist vielleicht liegt er da irgendwo oder allgemein mit dem ja ja gut aber dann kommst du klar wenn man ist schreien sonst lass ich den hier sitzen ist mir auch egal laut schreien alles klar noch ist unklar ob sich der zweite täter in dem haus befindet bei der suche nach dem vermissten jungen agiert polizeikommissar michael smolik daher äußerst vorsichtig hallo die polizei hallo hey kleiner mann hallo wo bist du denn wer bist du denn geht es dir gut hier hast du dich hier versteckt ja ich habe zwei gehörte ich habe nur zwei gehörte ich habe nur einen gesehen ok und hast du dich hier versteckt hast du super gemacht okay dir geht es gut alles klar kannst du mir noch irgendwas sagen ja ich habe den unten eingesperrt du hast einen eingesperrt das warst du super mittlerweile versorgt das rettungsteam den verletzten täter da die verfolgung einer straftat aufgabe der kripo ist leiten ab sofort die kripo kommissare max hagen und hans fröndenberger die ermittlungen mit viel fingerspitzengefühl vernehmen sie den sechsjährigen zeugen ich habe den jungen drin gefunden er mir erzählt dass auf jeden fall zwei gehört hat einer sitzt drin der andere ist nicht da ich habe auch komplett durchsucht ist keiner da er was noch ganz komisch war irgendwo in der küche lag irgendwie ein tuch was sehr beißend gerochen hat ich habe das erst mal gelassen weil ich mich um jungen gekümmert habe nur als info für euch das in der küche irgendwo auf dem boden ich habe kurz rein habe so ein beißenden geruch wahrgenommen leon heißt du leon ist das ist ja dem kollegen gesagt dass du ein handy hast da die nummer von der mama drinne können wir das handy mal sehen was doch ein schickes handy das ist ja toll dann rufe ich jetzt mal deine mama von deinem handy aus an damit die hierher kommt und bei dir ist ja das telefonat mit der mutter war für mich jetzt etwas problematisch ich konnte ihr nicht ganz die wahrheit sagen weil ich angst hatte dass sie dann zu aufgeregt ist und zu überstürzt zum tatort hinkommt auf der anderen seite musste ich ihr schon die wahrheit sagen und sie bitten möglichst zeitnah zu erscheinen ich habe deine mama jetzt angerufen sie sagt sie ist in fünf minuten hier das ist gleich ja und ich gebe dir schon mal dein handy wieder zurück schickes handy hast du okay folgendes pass auf stecken vorsichtig ein wir gehen noch mal rein wie gesagt ich habe da ein zu festgestellt was im beißenden geruch hat die schauen wir mal genau danach gehen rein ihr bleibt hier bei dem jungen ja wir haben augen zu einem beißenden geruch kann das sein die polizisten müssen dringend ermitteln was in dem haus vorgefallen ist noch vor eintreffen der spurensicherung sucht michaels mollig deshalb nach weiteren hinweisen auf die vermisste tante des jungen hallo klein moment frau frönenberger kripo duisburg frau seidel wir haben ihren sohn ist alles in ordnung der ist in sicherheit wir gehen am besten mal eben dahin so max das ist die mama von dem kleinen im jetzt gut sie brauchen sich nicht aufbringen ihm geht es gut frau seidel wir haben gehört dass ihre schwester hier wohnt ja und ihr sohn ist nach der schule zu ihrer schwester gegangen die schwester ist aber nicht da haben sie eine erklärung wo die sein könnte haben sie ein handy dabei können sie mal anrufen aufgrund der schwachen indizienlage können die beamten nur mutmaßen was der hausbesitzerin widerfahren ist die schutzpolizisten haben einen ersten hinweis für hans frendenberger die tasche war drin handy klingelt zusanne seidel also ist die jetzt ohne ihre tasche weg ist was was war denn noch der schlüssel oder folgendes also handtuch beziehungs ja tuchlack auf dem boden chloroform wird vermutlich sein vermuten wir beißen der geruch auf dem boden dann zerbrochenes glas wo wasser irgendwie also so aus wie ein wasserglas wo untergefallen ist ja und die tasche jetzt okay also da gibt es da gibt es auch diesen diesen wasserglas trick oder so was ich meine natürlich der wasserglas trick sieht so aus dass sich eine person an einem fremden tür meldet dort klingelt und darum bittet aufgrund einer erkrankung oder ähnliches bitte schnell ein glas wasser zu bekommen wenn die person der bewohner dann ins haus reingeht und ein glas wasser an die tür zu holen bleibt meistens die tür offen und eine zweite person kann sich hinein schleichen ich würde mir gerne mal ein blick über das haus verschaffen lassen uns mal kurz da reingehen die durchsuchung der handtasche ergibt dass der autoschlüssel der vermissten fehlt und auch ihr wagen ist verschwunden die polizisten vermuten daher dass der zweite täter mit der frau auf der flucht ist umgehend leiten sie weitere fahndungsschritte ein rückwärts halter gemacht auf die astrid seidel ist ein wagen zugelassen duisburg anton paula 4533 das ist ja auch im scharweg 107 fahndung läuft schon über egon eine fahndung nach dem wagen nach der astrid seidel also das läuft auf jeden fall schon okay da bitte nur schon mal ist da wird schon großräumig gefahndet wahrscheinlich haben wir ja noch einen tat vernächtigen einen bekannten sieht der ganze der hat die betäubt und hat die mitgenommen so sieht es aus so sieht es aus er ist der transportfähig er muss nicht direkt mit dann nehmen wir ihn mit was ist mit den beiden die gleich zur wache kommen sollen sich erst mal kurz um den jungen kümmern und dann schmerzt wirklich zur wache kommen kriminalkommissar max hagen und kriminalhauptkommissar hans fröndenberger hoffen dass der kleine junge sich schnell beruhigt und weiter aussagen kann nur eine stunde später hat sich der junge zeuge so gefasst dass er im beisein seiner mutter vernommen werden kann seine aussage liefert den kripo kommissaren tatsächlich neue erkenntnisse ja frau seidel werden sie gebeten mit ihrem sohn noch mal herzukommen weil wir mein kollege und ich der meinung sind jetzt so einige zeit vergangen ist ist ihr so wahrscheinlich ein bisschen relaxter bisschen ruhiger und wir hoffen dass ihm vielleicht noch irgendetwas einfällt was ihm so in dieser aufregung nicht eingefallen ist das ist im prinzip der wunsch den wir haben oder die hoffnung das ist der grund weshalb wir sie noch mal hergebeten haben hat er ihnen noch mal irgendwas gesagt herr leon du hast gesagt dass du dir nicht so sicher bist er hatte gesagt zwar ein brecher ja also von der stimmlage könnte es auch vielleicht eine frau sein ja leon ist das im nachhinein so aufgefallen dass es vielleicht auch eine frau gewesen sein kann also ein mann auf jeden fall ja und eventuell auch eine frau okay aber auf jeden fall jemand zweites noch sonst fällte nichts weiter ein aber wenn dir noch was einfällt dann sagst du der mama bescheid und dann können wir uns noch mal verabreden wir können auch mal zu euch kommen wenn du das möchtest aber das wäre ganz wichtig wenn dir das einfällt dann bitte sag es auch ja ok super dann bringe ich sie jetzt runter ich würde sie bitten dass sie unten noch eben kurz warten wir machen jetzt die vernehmung von dem täter und falls wir dann noch fragen haben an leon dass wir sie nicht noch mal her bitten müssen einfach unten noch mal kurz warten wir beeilen uns auch okay okay die kripo kommissare erhoffen sich von dem täter neue informationen über den aufenthaltsort der vermissten frau doch seine vernehmung erweist sich als schwierig es geht hier darum dass wir eine vermisste frau haben und wir müssen unbedingt wissen wo die ist wir müssen die aus dieser gefahrenlage herausbringen vielleicht haben sie auch so ein paar menschliche gefühle dass ihnen das mal klar ist in welcher lage sie sich befinden in welcher in welcher lage sie sich befinden und was das für konsequenzen für sie haben jetzt ist es noch überschaubar es ist ein einbruch gewesen wir haben sie dabei erwischt sie werden auch konsequenzen tragen werden ich weiß nichts von der frau das ist die frau die in dem haus war ich hab deine frau gesehen was wollen sie der anrufer ist sehr hartnäckig und ruft immer wieder an beim blick auf das handy kommt kriminal kommissar max hagen eine idee die die ermittlungen weit vorantreibt du hans ich denke mit ihm kommen wir nicht weiter lass uns mal hier diese nummer anrufen und das gespräch aufzeichnen er kommt wieder runter und dann versuchen wir mal hiermit weiter zu kommen okay herr müllberg wenn ihnen zwischendurch einfällt dass sie doch etwas sagen möchten können sie jederzeit rufen als wir auf die idee gekommen sind diese nummer einmal anzurufen haben wir den täter erst mal aus dem raum entfernt der täter soll keine möglichkeit haben kontakt aufzunehmen zu anderen personen oder eventuell wenn wir die nummer anrufen und es handelt sich um den mittäter dass er dann auch nachrichten übermitteln kann und wir nehmen das auf richtig natürlich wenn überhaupt jemand angeht und auf lautsprecher hallo fröndberger wer ist da bitte michael krall michael krall wo sind sie zurzeit vor karl ich bin gerade zu hause wenn wir das wissen ja frau karl fröndberger von der kripo in duisburg ich müsste sie mal sprechen zusammen mit meinem kollegen ja das ist ganz schlecht ich muss jetzt auch direkt zum arzt ja ich müsste sie aber mal sprechen wann können wir das machen du und dann lassen wir uns mal gucken was wir hier über die kreie finden in duisburg ist die frau nicht gemeldet die kommissare vermuten dass ihnen ein falscher name genannt wurde beim abhören des telefonats fällt ihnen ein entscheidender hinweis auf michael krall als wir das gespräch mit der angeblichen michael krall geführt haben haben wir im hintergrund einen neuen namen erfahren das ist jetzt ein vager hinweis aber wir versuchen jetzt diese frau zu finden um über diese frau die michael krall zu finden beate ja gut ob die das jetzt ist klar dabei nicht beate reich das ist ein doppelname der ist doch nicht alle nasen lang reichenberger ich habe noch nie gehört weiblich deutsch und eine telefonnummer und eine telefonnummer ruft doch mal an die kripo kommissare erreichen nur den mann der gesuchten person von ihm erfahren sie dass sich seine frau seit ein paar stunden in ihrem schrebergarten in duisburg-rheinhausen aufhält wichtiges für uns nur dass wir ihre frau jetzt erstmal finden alles klar ja ich danke ihnen tschüss der hat ja schon mal mitgespielt michelle krall die reichenberger bitte war damit der michael krall zusammen und die michael krall versucht unseren typen zu erreichen die michelle krall gibt es aber nicht das stimmt doch ja eben das stimmt wir müssen erst mal zu ihr hier wenn wir die reichenberger witte finden finden wir die michelle krall ja 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 das kann so sein dann lassen wir erst mal dahin und dann sehen wir weiter max hagen und hans frankenberger vermuten dass sich die komplizien des täters in der schrebergartensiedlung aufhält für weitere ermittlungen fahren sie dort hin wenig später treffen die kommissare an der kleingartenanlage ein dabei entdecken sie sofort das fahrzeug der vermissten tante hier liegt eine perücke guck mal rein vorne und vermute mal dass dass die häuser in diese richtung sind die kripo kommissare folgen der wegbeschreibung die ihnen der ehemann zuvor am telefon gegeben hat an der genannten parzelle entdecken sie zwei frauen in der kälte arbeiten sie hier ja aber ich war eine freunde fremdenberger kripo düschen hagen hallo wir sind hier um etwas zu ermitteln und zwar geht es um einen recht komplizierten sachverhalt wir suchen eine frau die entführt worden ist und vermuten dass die hier oder dass sie oder dass sie uns möglicherweise dabei weiterhelfen können das kann es kann vielleicht sein also hier nebenan ist die ganze zeit so eine junge frau die ist ziemlich nervös also das ist uns schon aufgefallen behandelt wir haben nervös telefoniert und ist dann irgendwie wieder wieder das ist uns schon aufgefallen das wäre jetzt meine anschlussfrage gewesen sie möchten sicherlich wissen wie ich auf ihren namen komme oder wir haben mit einer dame telefoniert und im hintergrund wir haben uns das mehrfach angehört deshalb sind wir uns auch sicher da fiel der name hallo frau reichenberger witte das sind sie das muss vor max von einer halben stunde 25 minuten 30 minuten zu der zeit war sie auf der prüfung telefonieren wie kommen sie jetzt auf diese frau da weil die frau da im garten telefoniert hat und jetzt ist auf einmal wieder weg dann könnte es ja sein also ziemlich nervös ja die war also richtig nervös auf und ab und fingernägel irgendwie ja 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 gut ob sie jetzt nervös ist oder nicht das wird sich noch rausstellen wissen sie wer das ist ich weiß nur den namen das ist die michelle körper michelle 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 und bei körper sind sie sich sicher ja das weiß ich wie gesagt wir kennen uns ja alle mitten in der vernehmung fällt den polizisten etwas verdächtiges auf körper hallo bleiben sie mal stehen frau körper bleiben sie stehen polizei ich sag kann sie stehen halt ich habe gerade versucht haben zu fliehen müssen jetzt erstmal die hand so das war es jetzt so geht das gehen wir erstmal zurück warum flüchten sie vor uns ja da kommen fremde männer in mein garten sie hätten sonst ja sein können ist da noch jemand drin ist niemand drin wir würden uns gerne mal davon überzeugen wir suchen eine frau eine frau die entführt worden ist und das könnte durchaus sein dass sie sich hier in diesem haus befindet wo waren sie heute im laufe des vormittags ich war den ganzen tag hier ich habe hier aufgeräumt geputzt und da drin sieht es noch aus wie sau da können sie auch gar kein verein also es ist so wir vermuten dass hier eine verletzte frau drin ist und zwar besteht ein dringender verdacht dazu wir werden jetzt hier reingehen wir können bei der staatsanwaltschaft ein besuchungsbefehl beantragen das geht telefonisch in zwei minuten sie können aber auch zustimmen dann schließe ich jetzt diese tür auf und wir gehen da rein wenn sie ein bisschen wenn sie ein bisschen kooperieren wirkt sich das positiv für sie aus ja dann gehen sie halt rein ich kann ja sowieso nichts mehr machen wir gehen alle zusammen rein hans fremdenberger findet schnell die vermisste und erhält von ihr eine sehr nützliche information hier ist niemand hat sie gesagt wir sind von der polizei wer sind sie und ich mache das mal das wird jetzt interessant sie hat eine waffe bleiben sie ist maxi hat eine waffe wo haben sie eine waffe stopp stopp ich hab keine waffe ich gucke ihnen jetzt in ihre taschen rein wir als männer dürfen in der regel keine frauen durchsuchen wenn wir jetzt aber eine gefahr für leib oder leben haben was ja der fall ist wenn die person immer noch eine waffe bei sich trägt habe ich sie doch grob abgetastet und ihr alle gegenstände abgenommen der kleine leon dem geht es wunderbar der ist der ist bei seiner mutter da wollen sich keine sorgen machen frau seidel kennen sie diese frau hier was können sie sich noch in dem im haus erinnern ich habe den leon ins bett gebracht zu seinem mittagsschlaf ja und dann hat es geklingelt an der türe ich habe aufgemacht und dann stand man vor der türe mit einer frau mit einer dunkelhagen frau die wollten glas wasser haben die frau war unheimlich blass im gesicht ihr ging es nicht gut wollte tablette nehmen dann bin ich in die küche gegangen und wollten glas wasser holen ja und in dem moment kamen die beiden hinter mir her und ich habe nur noch gemerkt ein tuch vor das gesicht und dann weiß ich nichts mehr die polizisten ermitteln dass die täter das betäubte opfer in den kofferraum sperrten um in ruhe das haus leer zu räumen nachdem der mann von dem kind eingeschlossen wurde raste seine freundin in panik mit dem auto davon wir gehen mal nach vorne wenn der rtw gleich kommt dann sieht er uns besser na kommen sie mal mit sie können ja laufen ja auch hier auch was ist das denn leon mein gott ja frau seidel jetzt sagen sie mir doch mal wie sie jetzt den weg hier hingefunden habe ich habe das auto da hinten von meiner schwester gesehen wie kommen sie denn überhaupt jetzt hierhin ich habe das mitbekommen auf der waffe ich bin so glücklich sie wissen in welche gefahr sie sich begeben wir sind hier mitten in einer handlung hier geht es um eine festnahme aber auf der anderen seite frau seidel ich kann sie verstehen das ist ihre schwester begrüßen sich erst mal hier geht es nach wie vor gut die täterin erhält anzeigen wegen schweren raubes hausfriedensbruchs bedrohung und freiheitsberaubung ihr komplize muss sich wegen schweren raubes hausfriedensbruch und körperverletzung verantworten